Sieht das der Trainer gern? Das sieht alles sehr eng und geschlossen aus, aber wenn ihr schneller spielt, dann findet ihr die Lücke. Der könnte passen! Und jetzt ist alles wieder offen. Da stehen die anderen angeschlagen in der Ecke und kriegen gleich noch einen. Unglaublich, ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden vergangen sind.